ja langsam haben wir sehr viel zeug was wir dann verkaufen können so wir sind wieder unten da des kaltkopfes so jetzt da wird zu dritt sind können wir uns erst einmal um die wölfe kümmern bevor wir den wald verlassen ach jäger kautzenstein läuft gerade hier rum okay sind jetzt hier auch wölfe respond jetzt wo ihre leichten weg sind ja tatsache hier wie es bohrt also die hügel ist born aber halt nur tiere wahrscheinlich ich nehme die sache in die hand wäre seltsam wenn andere gegner wie es bohren würden so da hinten waren auch wölfe genau so 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 am anfang ist mir eigentlich das geld noch relativ wichtig okay noch mehr wölfe so folgt mir er kann finde und finde und meisterfarade amazone voraus in ordnung so okay nichts von denen hier so ich mache das schon ich mache das schon ich helfe vielleicht der grünmond tee draus zu borden ja noch zwei wölfe ja wir sind sehr nah an dem felsen wo sich die wölfin auffällt die ist dann etwas stärker man kriegt auch eine cutscene hallo großer weißer wolf hallo wolfsrudel gute entscheidung dann ich habe das die 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 Okay, jetzt wechselst du mal in den Nahkampf. Ja, Informiererjäger Kauzenstein. Okay, leider ein Fehlschlag bei ihr. Wäre aber wahrscheinlich eh nur dasselbe rausgekommen wie bei allen anderen. Also ja, wenn wir in die Questgegenstätte gucken, ist hier... Ja, Fehl, der stolzen Leitwölf im Weißfels. Weißfell, nicht Fels. Okay, der Kampf war nicht so schwer wie erwartet. Wir waren auch zu dritt. Hätte ich das nur mit Rulana und uns selber alleine gemacht... Wäre das sicherlich nicht so leicht gewesen. Ja. 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 Ja, hier tauchen wirklich immer wieder Wölfe auf. ich weiß echt nicht ob das damals so war ich nehme die sache in die hand also ich habe bei der version nichts geändert das ist die normal gepatchte version also die mit texture pack ich weiß nicht, soll ich die beiden wölfe da oben nö, ich gehe denen aus dem weg ich gehe jetzt hier einfach noch am fluss lang so gut es geht äh hallo oh das ist die 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 Okay, nochmal. Wölfe. Ich helfe. In Ordnung. So, noch mehr zum Verkauf. Ich hoffe, die kommen wir jetzt aus dem Wolfsterritorium raus. Ja, aus dem Wolfsterritorium sind wir schon mal raus. Ah, und Krieger Kauzenstein, den machen wir, sobald wir auch das Bärenfell haben. So, wir sind aus dem bösen Territorium raus, da können wir mal die Waffen wegstecken. Ich habe hier übrigens gerade... Wo ich die Koscher-Matzung nochmal gefunden habe. Aber ich weiß, ich habe sie mal gefunden. Dieses verfluchte Ungeheuer von einem Bären. Kann denn eine alte Koscherin nicht einmal mehr in Ruhe absehbar? Ja, ich würde gern mit dir handeln. Ja, die Skryer ist sehr viel wert. Goldkette, Brief an einem Freund, sogar den kann ich für Silber verkaufen. Schlingenfalle, die Wolfspfoten, Silberring, die Fellfetzen und das Wolfsfell. So. Irgendwas Schönes, was wir gebrauchen könnten. Nicht wirklich. So. Eine gute Entscheidung. Jetzt stell mal wieder dein Liebesgeschick unter Beweis der Ranor. Schlösser öffnen ein bisschen Lungen. Na gut. So. Die bische Aufnahmeprüfung wurde aktualisiert. Ja, nicht wirklich. Wie ist das? Höre. Bis zum nächsten Mal.